Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu, ich bin der Lars und ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Video hier auf meinem wunderbaren Kanal. Sorry, es sind in ein paar Tagen keine Videos gekommen, es tut mir leid. Aber private Sachen gehen halt einfach vor. Es ist einfach Fakt. Freunde und Familie, da gab es so einige Sachen, die mussten geklärt werden und die waren halt einfach wichtiger. Ich glaube, jeder kann das verstehen, YouTube ist ja nur mein Hobby. Nee, ich muss mich jetzt auch nicht rechtfertigen, aber ihr wisst Bescheid, Leute. Natürlich das Dumme ist, es war das 5000-fache Mega-Event, was einfach mega krass war und ich konnte die ganze Zeit nur Stadtwache durchkloppen. Ich weiß gar nicht, Samstag oder so oder, ne, wann war das, Samstag oder Sonntag? Ich war so um 23 Uhr wieder da und dann sagte ich mir, oh, jetzt kannst du noch schnell Happy Hour durchknallen. Und dann bin ich eiskalt einfach direkt weggepennt, weil das einfach so ein langer Tag war. Aber, naja, auf jeden Fall, da lief nicht ganz so viel. Ich habe die ganze Zeit nur Alu durchgekloppt. Ich habe mir für jeden Rake gemeldet, ich habe mir für jede Verteilung gemeldet, alles was ging. Aber ich konnte einfach keine Alu spielen und es lief einfach nur im Fünffache-Event die ganze Zeit die Stadtwache bei mir, was mal richtig scheiße eigentlich ist. Aber, ja, was soll ich denn machen? Leute, was soll ich machen? Warum hat denn niemand für mich einfach gesittet? Darf man das eigentlich noch sitten? Ich glaube nicht, dann wird man direkt gebannt. Ja, wir schauen mal kurz drauf, auf jeden Fall. Ich denke mal, es ist ein bisschen ausgelaufen. Jawohl, hier, schön rausgelaufen, die ganze Scheiße. Ist ja richtig toll. 68, was haben wir denn hier schon? 58, alles nur Rotze. Erstmal verkaufen den ganzen Scheiß. Und ich würde sagen, wir haben 6.440 Gold verdient, nur mit Stadtwache. Ist viel für Stadtwache, ja, aber es war Fünffache-Event, von daher hätten wir das bestimmt tausendfache gemacht. Total, ja, es ist einfach nur, es ist... Kann man leider nichts machen. Wir schauen mal kurz in den Zauberladen, wir brauchen neue Tränke. Oh, guck mal hier, ich gönne mir die Scheiße. Wann gibt es denn den großen Trank? Ich glaube, so langsam muss es den mal geben. Oh, zehnmal. Das läuft ja richtig geil, witzig gegönnt. War ja fast so geil wie ein Epic. Ein richtig geiles Epic brauchen wir, ja. Sonst bei euch so? Lief's? Oh, oh, wie lange hält der noch? Acht Tage? Können wir uns einen gönnen? Aber acht Tage reicht ja noch, ne? Aber einer wird sich gegönnt. Weißt du, Malle ist nur immer mehr, deswegen raus mit der ganzen Scheiße. Denn die YouTube-Money spritzt raus. Naja, geht so, ne? Stärke, 49, gar nicht mal so schlecht. Das ist ja richtig gut. 100 Gold, komm, weißt du, ist ja gar nichts. Wird sich gegönnt. Schaffen wir, oh, 51 Stärke. Hier ist ein Ausdauertrank. Ich werde mal jetzt nicht weiterblättern. Vielleicht kommen wir so weit voran, dass wir die großen Tränke bekommen. Ich weiß immer noch nicht, welches Level ich brauche, weil ich scheiße bin, weil ich doof bin, weil ich einfach ein Noob bin und so lange nicht mehr gespielt habe. Aber trotzdem, wir schauen mal kurz drauf. Wir gehen erst mal aufs, äh, wo gehen wir hin? Die Post blinkt fleißig. Ausbauen, ja, ich weiß. Wir gehen halt erst mal in den Dungeon und schauen, was wir schaffen mit diesem Equipment. So, der nächste Dungeon ist auch offen. Wir schauen mal kurz hier drauf. Das ist Level Nr. 34. Oh, 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 oh. Das ist ja richtig geil. Mr. Masaka 2000 ist am Start, meine Damen und Herren. Richtig geile Schlachsahne, würde ich sagen. Mit einer schönen, knackigen Kirsche oben drauf. Geiles Ding, Leute. So gefällt mir das. Wird sich gegönnt. Aktiviert. 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 Aktiviert Abwehrkräfte. Und mit dieser geilen Waffe müssen wir rasieren, gegen den Strich mitbeziehen. Arma, Nakui, Nachuit und Bläh. Also, wir schauen mal kurz hier drauf. Schaffen wir den Riesen. Aua. Das war aber gar nichts. Den schaffen wir nicht mehr ansatzweise. Die Kettensäge. Die Berserker-Kettensäge schafft kein Level 40er. Bam, Junge. Nee, okay, Level 40 ist mal gar nichts. Der Fleisch-Golem. Wie ist der Fleisch? Ich hätte Bock auf Fleisch. Welches Level ist der? 38. Ja, jedoch. Jedoch, das sah ganz gut aus. Das können wir packen. Mit Glück. Vielleicht mal ein bisschen rein skillen, wie auch immer. Wir müssen bedenken, wir haben keine Tränke, ne? Oh, war das ein Epic. Was war denn da gerade? Ich hatte irgendwas bekommen. Ich weiß nicht was. Moment, der ist abgespeichert worden, der Kampf. Sieht man dann auch die Sachen, die ich bekommen habe? Übrigens, hier die Beschreibung könnt ihr gerne lesen. Ist ganz sexy von mir, oder? Was habe ich bekommen? Ich glaube nichts. Vielleicht Gold. Keine Ahnung. Zumindest ist der Down. Sehr schön. 34. Wir gehen mal kurz weiter in den Dungeon. Was haben wir hier für ein Boy? Stufe 32. Leute, ist ja gar kein Ding für den King hier. Kurz weggenascht. Ich habe gesagt, kurz weggenascht. Dankeschön. Stärke Glück. Warum nicht? Stärke Glück. Besser als meins. Nee. Oder? 225. Das Epic ist natürlich das Erste, was ich bekommen habe. Deswegen ist es so langsam scheiße. Aber trotzdem. Weiter, 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 weiter. Dungeon. Was haben wir hier für einen knackigen Boy? 36. Easy. Bekommen wir einen Epic? Nö. Nee. So. Dann Stufe 42. Oh. Den packen wir einfach. Was ist denn hier los? Schönes Ding. Ja. Das ist ein schöner Ring. Der gefällt mir. Der ist richtig geil. Den gerollten er. Epic tauschen wir aus für Epic. So muss es sein. Oh. Moment. Festung. Ist ja auch fertig hier. Guck mal. Können wir direkt. Was können wir hier? Weiter ausbauen. Ausbauen. Den hätte ich auch ausbauen können nebenbei. Habe nicht dran gedacht. Dorf. So. Weiter. Ohne zu skillen. Ja. 46. Das ist nix. Äh. 46. Was haben wir hier für einen? 44. Hm. Weggenascht. Geiles Ding. Der war 40. Den schaffen wir nicht. Schaffen wir doch. Schön, 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 schön. Oh. Der letzte Dungeon Gegner. Das ist hundertprozentig ein Epic. 48. Also wenn der Berserker mal richtig ausrastet. Weiß ich nicht. Wenn man ihn an seinen kleinen Nüssen packt. Dann geht der sowas von steil. Obwohl lieber an die Vagina. Weil wir sind eine Dame. Aber trotzdem. Dann rastet der völlig aus. 46. Ich glaube das war's. Ich glaube das war's. Ohne skillen kommen wir nicht weiter. Und ohne Tränke. Uh. Mega knapp. Was war das denn gerade für ein knappes Ding? War das so knapp? Noch einen so knappen. Alter war das Lucky des Todes? Das schaffen wir nicht mehr. So. Der war gerade echt mega lucky. So. Wir gehen mal hier rein und werden die Scheiße noch verkaufen. Oder? Was haben wir hier? 51. Na klaro. Weg mit der ganzen Rotze. Wir schauen mal kurz nach. Was für Tränke kann ich denn schon bekommen? Große vielleicht jetzt? Uh. Ein Trank des ewigen Lebens. Nur für Gold. Wird sich gegönnt. Meine Damen und Herren. Wird sich richtig gegönnt. Aber sowas von. Oh hier. Gönnung. Gönnung. Alles raus. Her mit der ganzen Rotze. Oh je. Alter. Was ist denn hier los? Das läuft ja richtig. Obwohl da nichts Großes auftaucht. Hier ist erstmal ein BH am Start. 66 Stärke. Nicht schlecht. Recht. Der BH war ziemlich geil. Oh. Schon wieder 10 Mal. Ist das lucky eigentlich? Wie groß ist die Chance das zu bekommen? Ist das sicherlich größer als ein Epic. Aber trotzdem. Ist sie gering? Oder sagt ihr. Ne Lars. Ist Standard. Kriegst du immer die ganze Scheiße hinterhergeschmissen? Oder freue ich mich einfach. Zu Recht. Schreib es doch gerne rein. Oh hier siehst du. Großes Stärke Trank. Geil. 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 Hier ist noch ein großer Ausdauer. Oder ein paar Tränke des ewigen Lebens für Gold. Nämlich auch. Einen großen Ausdauer. Gib mir was Großes. Ich verdiene etwas Großes. Ich kenne. Großen Geschick. Nee. Hier ist noch ein großer Stärke Trank. Großer Ausdauer Trank. Bitte. 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 Okay. Immer noch. Dankeschön. Ähm. Großen. Dankeschön. Wunderbärchen. Jetzt schauen wir mal kurz. Schaffen wir das denn jetzt? Den Kollegen hier. Mit einem großen Trank. Oh. Wie knapp war das denn? Näm. 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 Oh. Die Ketten sehr geläuft. Gerade voll die. Oh. Sehr sehr geil. Glücksepig. Jawohl. Dankeschön liebes Spiel. Du mich auch. Ich hau Pilze raus. Der Tod ist so. Du gibst mir so ne Scheiße. Ja läuft richtig bei mir. Und zwar bergab. Und rückwärts. So. Okay. Wir haben trotzdem mitgenommen die Scheiße. Kann man wegschmeißen den ganzen Rotz. So. Als nächstes werden wir nun erstmal kurz in die Gilde gehen. Und hier sind wir gemeldet. Das passt. Erstmal zum Ausbau. Was. Wie viel brauchen wir da? 2000. Passt. Hab ich. 2 und 4. Dann sind wir bei 9 und 9. Ist das gut für meinen Levelbereich? Ich habe doch keine Ahnung. Wo bin ich denn? Hier ganz unten. 9. Sieht ganz gut aus, ne? Aber doch. Doch. Ich bin gut dabei. Das ist doch sexy hier. 9. Richtig schön. 6 Tage. Da greifen noch. Meine SA ist für den Arsch. Wir werden erstmal kurz jetzt skillen. Ein bisschen rein. 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 Natürlich am meisten Stärke. Wir brauchen. Wir müssen stark sein. Wir sind ein Berserker. Wir müssen richtig stark sein. Kurz nochmal in die Arena reingelunst und den Kollegen weggeklatscht. Auf Wiedersehen mein junger Freund. Hast du denn geschossen? Hast du einfach. Hast du ein Kamehameha geschossen wie Son Goku? Sah ziemlich komisch aus. Als nächstes nochmal kurz zu gucken, ob wir vielleicht noch was schaffen. Im Dungeon. Was haben wir für Levelbereiche? Level 46. Plus Level 48. Also 46er mit Glück. Aber mit sehr viel Glück. Sonst wird erst Alu geballert. Bevor jetzt hier weiter geht. Ja. Komm, komm. Komm, Baby. Komm. Gib's mir. Gib's mir. Schaffen wir nicht. Zu viele Pilze will ich auch nicht rausklatschen. Ich bin ja nicht Rich Money Boy. Wisst Bescheid. Das ist vorbei mit mir. Mit der glorreichen YouTube-Zeit. Glücksrad erstmal kurz drehen. Ich drehe erstmal am Rad. Warum? Ich bin verrückt. Warum gibt es Pilze? Pilze, Pilze, Pilze. Bleib stehen. Stopp. Scheiße. Ja, ja. Erfahrung ist okay. Erfahrung ist okay. Das kann ich auch annehmen. Also, ich kann noch 300 Alu spielen. Werde ich. Aber leider kein Fünffach-Event mehr. Warum? Ich bin halt blöd. Was haben wir hier? Ich muss 10 abnehmen. Ja, das schaffe ich ja wohl. Das ist gar kein Ding für den King. Also geht's da weiter, Leute. Das war's. Wir können ja jetzt mehr machen, ne? Hinger fix hier. 10 Minuten nur. Es hat einen Server. Aber trotzdem. Ich hoffe es... Hier, guck mal. Plus 7. Plus 7. Moment. Ich muss einmal kurz zeigen, wie krass ich bin. Seht ihr? Ich bin krass. Das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, ist auf jeden Fall ein Like da. Würde mich freuen. Und ja. Dumm gelaufen. Richtig dumm gelaufen mit dem Fünffach-Event. Aber was will man machen? Ich bin echt hinten zurückgefallen in der Gilde. Es tut mir auch wirklich leid. Wegen der Gilde und alles. Aber kann ich halt nichts machen, ne? Es gibt halt private Sachen, die einfach dringender sind. Aber ich spiel ja die ganze Zeit 300 Alu. Es werden ja nicht alle 300 Alu spielen. Es sind ja ein paar 100 Alu-Boys hier. Also ich werde noch einiges gut machen. Das ist gar kein Problem. Aber wenn wir jetzt schauen, hier sind 127 zum Beispiel Taube. Ich denke mal, der hat 300 Alu durchgezockt. Bis zum geht nicht mehr. Und ich bin jetzt Level 36. 9 hat er. Ich bin erst bei 12. Es ist halt schon ein großer Unterschied. Ja. Damit muss ich jetzt leider klarkommen. Es tut mir leid. Bitte. Bitte vergewaltigt mich nicht zu hart in den Kommentaren. Aber ihr wisst Bescheid, ne? Es gibt halt Sachen, die sind wichtiger. Also wenn es euch trotzdem gefallen hat, wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann lasst ein Like da. Aktiviert die Glocke für mehr Videos. Lasst einen Kommentar da. Und ihr seid noch hoffen super, nice boys. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Und 볼funk. Vielen Dank.